Hat der Markt Chancen, ja oder nein? Natürlich hat er das. Wir fangen mal mit dem Nasdaq an, denn den finde ich im Moment super spannend, nicht nur im Übergeordneten. Das hatten wir ja schon mehrmals angesprochen. Ganz kurz noch mal, um uns dessen gewahr zu werden. Hier 1, 2, 3, 4, 5 noch mal als das. Das ist ein typisch korrektives Verhaltensmuster, was wir haben. Es sieht ja schon intern dreiwellig aus hier an den verschiedenen Stellen. Also insgesamt würde ich sagen, das, was wir hier als Abwärtsseite haben, also ganz grob zack, da noch mal hoch. Und das hat korrektiven Charakter. Und demnach hat es gute Chancen, dass es hier steil nach oben geht und irgendwann wackelig nach unten. Und genau das ist es ja, was wir hier bekommen. Ihr seht das hier noch mal so halbwegs in der aktuellen Situation. 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir hier so eine A, B, C Korrektur. Ist eine Seitwärtskorrektur. Der ist ein bisschen höher als der. Ändert aber nichts an der Geschichte. Fortsetzung der Geschichte hier nach oben noch mal. Das sieht alles super aus. Dementsprechend, wenn dem so sein sollte, vielleicht alles ein bisschen windschief oder wie auch immer. Aber insgesamt kann man sagen, dass so wesentliche Korrekturen, ich sag mal, hier war was, hier ist vielleicht ebenfalls was, sie sind überlappungsfrei. Man hat also so ein bisschen den Eindruck, so schlecht sieht das doch gar nicht aus, was wir hier haben. Und wenn jetzt es tatsächlich gelingt, das kann ich euch nicht vorhersagen. Aber wenn der Markt jetzt hier tatsächlich nur schwach runterkommt, manchmal passiert das tatsächlich, dass er das nicht tut, sondern eben ganz steil antwortet. Das weiß ich nicht. Aber also das ist quasi die Sache, die wir abwarten müssen. Wenn der Markt aber als nächstes eben nicht steil nach unten kommt, sondern irgendwie so ein bisschen hängend, eigentlich so ähnlich wie wir das hier haben oder so ähnlich wie wir das hier auf einer ganz kleinen Ebene haben. Ich mache das noch mal weg hier. Also ihr seht, das gibt es im Kleinen, im Großen, zack, wackelig runter, dann eben die Fortsetzung nach oben. Also wenn der Markt in Bälde hier noch mal wackelig runterkommt, alternativ dazu auch A, B, C, also fallende Hochs, fallende Tiefs und dann diesen Mechanismus durchstößt, zum Beispiel indem er das letzte Zwischenhoch dann durchstößt. Aber eigentlich eine ganz gute Chance, dass das noch mal passiert. Und wenn wir dann erst mal hier sind, ungefähr 16.600, das ist ungefähr hier, dann haben wir eigentlich ganz gute Chancen. Insbesondere, wenn es ihr auch im Kleinen dann weiter eher wackelig in die Richtung geht, dann haben wir ganz gute Chancen, dass da noch mehr Potenzial nach oben da ist. Ich finde also, dass der Nasdaq gute Voraussetzungen hat. Jetzt weiß ich, dass einige von euch ja auch fundamental angehaucht sind, die sagen, na du mit deinen blöden Charts immer, da ist doch viel mehr dahinter. Eine Sache, die häufig da in Verbindung gebracht wird, ist, dass der Hightech-Markt, und Nasdaq ist ja nun mal Hightech, dass der sehr stark eine Verbindung hat zum Zinsmarkt. Also je höher die Zinsen, desto blöder ist es eigentlich für den Wachstumsmarkt, also gerade für diese Tech-Titel, weil die sehr zinssensibel sein sollen. So zumindest mal die Vermutung dazu. Jetzt gucken wir doch mal auf den Zinsmarkt. Und dafür gibt es den 10-jährigen US Treasury Note Future beispielsweise. Also das Pendant zum Deutschen Bund, den Euro-Bund-Future. Das ist quasi hier das für die amerikanischen 10-jährigen Zinsen. Allerdings vorsichtig, das ist jetzt nicht der Zinssatz, den ihr hier seht, sondern natürlich der Kurs. Also wie viel muss ich für dieses Papier bezahlen? Jetzt gibt es einen ganz einfachen Zusammenhang. Je günstiger der Kurs ist, desto höher ist die Zinsrendite gemessen an den Preis, den man dafür bezahlen muss. Ich weiß nicht, wie die aktuell jetzt genau ist, aber ungefähr hier waren es 1,7. Also es ist sogar noch ein bisschen höher jetzt. Also relativ hohe Zinsen schon. Das hat nichts mit der Fed-Rate direkt zu tun, sondern es ist ja hier auf 10-Jährige, also langlaufende Anleihen sozusagen. Aber trotz alledem, es spiegelt das Ganze ein bisschen wieder. Je weiter der Kurs runterfällt, desto höher die Zinsen. Je höher die Zinsen, desto blöder vielleicht für die Hightech-Titel, so blöder für die Nasdaq und eben auch auf dem S&P wirkt sich das wahrscheinlich ebenfalls auf. So, jetzt haben wir aber eine interessante Marke erreicht hier. Und ich möchte nicht suggerieren, dass, oh guck mal, da hat er eine Linie gemalt, dann dreht er da ganz sicher. Ganz sicher ist gar nichts. Also so werden davon nicht ausgehen. Aber viele Marktteilnehmer sehen solche Marken und sagen, mal gucken, ich halte mal die Bälle ein bisschen flach. Ich warte mal, was er hier macht, ob er hier dreht oder nicht. Wenn jemand wartet, drückt er nicht. Im Moment war die Abwärtsbewegung die hauptsächliche. Wenn jemand sagt, ich gucke mal, dann kommt zumindest mal nicht der Druck so sehr mehr in die Abwärtsrichtung, sondern haben wir eine Chance auf den Dreh. Und ihr seht es, ich habe es hier schon mal so ein bisschen eingezeichnet. Wenn jetzt dieser Dreh kommt, müsste das theoretisch so ein bisschen so aussehen. Das heißt, mal ein bisschen steil hoch, mal ein bisschen wackelig runter und dann kriegen wir doch das so irgendwie in der Fortsetzung. Muss nicht exakt gleich sein. Und das könnte eine Verschnaufpause eben auch werden, wenn der Zinskurs steigt, sind die Zinsrendite, haben es die Tech-Titel ein bisschen leichter, ist vielleicht ein bisschen Entspannung und ein bisschen Wind unter die Flügel. Das alleine dreht natürlich den Markt auch nicht beim Nasdaq, aber es ist vielleicht ein Hilfsmittel. Wer möchte, kann sowas hier übrigens auch eigenständig handeln. Viele Sachen sind da, die man da in dem Zusammenhang da raussuchen kann. Also da gibt es ein breites Angebot dazu. Es muss ja nicht der Future sein, gibt es auch CFDs drauf und so weiter. Aber das ist an sich schon mal handelbar, aber es ist auch eine Indikation für den Zinssatz und dementsprechend auch wieder verwertbar für manch einen. Einen, der vielleicht das mitverwenden möchte im Sinne von, sagen wir mal fundamentales Unterstützungs... Na, da komme ich nicht mehr raus grammatikalisch. Also es ist eine Unterstützung zumindest mal für das, was wir bei den Märkten da noch erwarten können. Vielleicht wollt ihr das mit aufnehmen in die Geschichte. So, also insofern gar nicht so schlecht die Voraussetzung und ein bisschen die Chance erhöht, dass sich sowas tatsächlich ergibt. Aber vorsichtig, nur weil ich hier aufwärts gemalt habe, nicht jetzt sagen, oh, das sieht super aus. Er meint auch. Ich meine das nur, wenn er irgendwann mal eine Korrektur... Man kann auch ein bisschen sein, dass die höher noch geht, wenn er eine hinreichende Korrektur macht und dann eben das Ganze triggert. Also ich meine das nicht per se, ich bin ganz sicher, der Markt steigt, sondern ich meine das unter der Bedingung, dass sowas passiert. Das ist für mich immer das Entscheidende. So, wenn die Nasdaq steigt oder der Nasdaq-Index eben steigt, dann wird das wahrscheinlich nicht groß anders sein für den S&P. Jetzt hat der hier was abwärts gemalt. Wie ist denn der drauf? Hier redet er jetzt negativ. Und da seht ihr, dass ich mich eben als Händler bewusst nicht festlege. Ich weiß, es kommt häufig so rüber. Ich sehe das immer wieder auch bei Kommentaren, die mich dazu erreichen, wo es dann heißt, ja, aber guck mal, das ist eine Fehleinschätzung gewesen. Markt hat es ganz anders gemacht. Ja, das passiert regelmäßig. Ich kann euch also mit gutem Gewissen sagen, dass ich sehr, sehr häufig erleben muss, dass es ganz anders kommt, als ich es gedacht habe. Das Interessante als Händler ist allerdings, es kommt nicht darauf an, was ich denke, sondern es kommt darauf an, dass die entsprechenden Marken eben gerissen werden, um mich dann eben in ein Handeln zu bringen. Und dann muss ich als Händler wohl oder übel aussitzen, dass ein Teil davon negativ ausgeht mit einem kleinen Verlust und ein anderer Teil positiv ausgeht mit einem hoffentlich etwas größeren Gewinn. Sonst mache ich was falsch als Händler, wenn ich dieses Verhältnis nicht aufrechterhalten kann. So, dieses Bild kann ich mir vorstellen, bedingt aber umgekehrt, dass der Markt quasi hier durchgeht. Das ist das Tief, was wir hatten am 11. Januar nachmittags irgendwann. Dann ist dieses Abwärtsbild. Alternativ natürlich, wenn wir irgendwie sowas haben, ist zumindest mal ein Teilabwärtsbild. Ob es von dort weiterfällt, werden wir dann sehen, aber dann hat man zumindest diesen Teilarm auf der Abwärtsseite. Macht der Markt jetzt was ganz anderes. Was könnte denn was anderes sein? Stellt euch vor, der Markt macht jetzt sowas und danach sowas. Dann sind wir doch wieder, ja, das ist doch wieder, das ist doch wieder genau das, was er immer erzählt. Richtig. Und da seht ihr, ich bin ein Fehnlein im Wind. Ich bin nämlich Händler. Ich weiß nicht, welches von denen kommt, aber ich kann immer erkennen, ob so oder so aussieht. Das kriege ich hin. Also ich weiß, dass das nicht korrektiv aussieht. Das schaffe ich. Und ich weiß, dass Bewegungen wie so eben nicht mehr optimal aussehen in Trendrichtung. Das weiß ich auch. Also insofern, diese Unterscheidung kriege ich hin. Allerdings auch erst, wenn ich die natürlich sehe. Aber damit weiß ich, oh, der Teil ist wahrscheinlich rum. Oder, oh, der Teil ist wahrscheinlich in die falsche Richtung. Es geht wohl eher in die Richtung nochmal. Ich hoffe, dass das so ein bisschen klar wird, wie wir da drauf gucken. So, dann gucken wir noch ganz kurz auf den Dow Jones. Der ist im Prinzip, hängt da so zwischen diesen beiden. Ich kann mir vorstellen, wenn er das macht, dann geht er nochmal dieses Stück nochmal tiefer. Ich zeige es hier vorne im 4-Stunden-Chart. So, dann haben wir das. Insgesamt seht ihr hier an meiner Zeichnung das so richtig doll, dass nach oben noch nicht aussieht. Das heißt aber nicht, dass der Markt jetzt massiv drehen muss und heißt noch lange nicht, dass das hier passiert. Auch das Bild ist nach wie vor möglich, aber das, glaube ich, muss ich in diesem Video nicht nochmal erklären. Das habe ich ja jetzt häufig gemacht. Nur, wenn die Rücksetzer eben klein ausfallen und dann auf der Oberseite getriggert werden, dann kann man die ganz schnell wieder rausnehmen und sagen, wieso? Long hat er doch immer gesagt. Naja, gut, was ich sage, ist nicht leider so sehr relevant, aber so hat man eine Orientierungshilfe in der Richtung, in der da was passiert. Denn beim DAX sieht es eigentlich auch nicht so schlecht aus. Zumindest der Teil war ja gut. Dann hatten wir ja hier dieses A, B, C und die Erwartungshaltung, dass es fortgesetzt wird. Idealerweise gleich lang. Das ist so das Typische. Oder vielleicht sogar länger. Wenn wir Pech haben, verhungert er jetzt unterwegs. Dann hat man halt hier nur einen kleinen Gewinn. Oder vielleicht muss man es auch mit Plus Minus Null schließen. Naja, gut, man hatte die Chance dafür. Auch hier gilt, so das Zwischentief mal im Auge behalten. Das könnte dann sein, dass dann tatsächlich diese Richtung nochmal passiert. Also sprich, das, was ich hier mal so angedeutet habe, dass der Kurs hier kommt. Aber dafür wäre das Zwischentief am 11. Januar vielleicht nochmal relevant. Solange es hier oberhalb bleibt und vielleicht eher wackelig runterkommt, denke ich mal, kann man da ruhig mit der anderen Marktrichtung mitgehen. Ihr seht, entschieden ist da lange nichts. Aber ihr seht auch, wie ihr eure Entscheidungen vielleicht ein bisschen kanalisieren könnt, ein bisschen besser zusammenfassen könnt, damit es euch leichter fällt, das richtige Ding da zu finden. Ich drücke euch auf jeden Fall jetzt erstmal die Daumen. Wünsche euch alles Gute. Ich hatte ja einen Trade eben schon vorgestellt. Das habt ihr vielleicht schon gesehen zum DAX. Vielleicht deshalb ganz gut der Abschluss hier. Ich wünsche euch nicht nur für den Trade. Das ist natürlich nur einer von vielen. Da weiß man im Nachhinein erst, was raus wird. Trotzdem wünsche ich euch erstmal alles Gute. Viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.